Okay. Yeah. Willkommen, Part 7. Okay. Schwer's, dass schnell bin. Ja. Wie heißt das Kack-Ding? Nochmal MP5 oder irgendwie sowas? Ach nee, das war der SMG. Der nennt mich ein Mädchen. Ich kenne mich ja leider nicht aus. Oh, doch, der war tot, der war ziemlich tot. Bin ich mir beinahe sicher, dass der tot war. Sehr sicher. Also haben die doch nicht noch einen verloren, sondern ist wieder der erste, der vor gedatet wurde. Was zur Hölle? Warum bin ich gerade gestorben? Was? 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 Niemand hat was gesagt. Also die krank Schlampe, die uns hier gefangen hat. Entschuldigung wegen der Kraftausdrücke. Ausdrücke Nürnberg jahren ließ den Arsch schiebt der wenigstens nur besonder ist das zentrale Nervensystem teilweise erhalten weh du fährst los ich habe so das Gefühl das Auto wird gleich hinter uns losfahren meine Fränzlose kennt ich sache gerade ab ach jetzt ist nicht mal mehr in dem Gebäude sondern jetzt ist es schon außerhalb ich bin bei Smurz ich bin bei Smurz war auch ich habe auch was ein Geschiss Mike gut ach die haben geschieden geschießen jeder Mann die Verwürdig ich bin ein geistiges aus mir kommt nur geistiger Dünnschiss KABAM call the policeman oh nein ich auch okay weiter geht da hilft es noch eine SMG hier toll sowohl es meine SMG in München alle finde ich gar nicht schön okay ich will nicht da runter darauf du mal zuerst komm dir gut da passiert nichts weiter weiter ganz ganz langsam ganz langsam ganz langsam Mann vorn waren meine FCS 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 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 6 6 5 7 8 Bruder, ich kapiere es jetzt gerade echt nicht. Ach so. Haha. Gut, okay. Ich war verwirrt. Ich habe gedacht, das wäre hier oben. Das Ding, okay. Mal wieder wurde ich eines Besseren belehrt. Dank Weight Watchers. Weight Watchers hilft Ihnen abzunehmen und verschafft Ihnen ein gutes Gefühl. Kennt klar, wie die Werbung ging. Was? Nein. Mann, warum werde ich mir immer von den geilen Jungs getrennt? Von meinen geilen... Speck-Obs-Soldaten. Ich hasse dir. Let's get the freaking hell out of here. Die haben mich vermisst. Jetzt noch eine andere lockte Tür. Geh rein. Ich wollte das immer noch machen. Ach, darauf kommst du ja erst jetzt. Ach, du bist ja ein schlauer Hengst. Da musst du ja erst diesen beschwerdischen Weg auf mich nehmen. Und mir erst wieder Vorwürfe machen, dass ich so orientierungslos bin. Ich hasse dich. Und was hat er gegen Lichter? Hat ein Licht seine Familie oder so? Der Spruch war auch nicht schlau. Was? Hier komme ich. Ah, die Multik ist doch geil. Axt kam. Mann, meine Frames. Lauf, meine Jungs, lauf. Zombies everywhere. Zambies. Verhaltet euch ruhig, Mädels. Egal, ich bleib bei meiner guten Axt. Oder auch nicht. Nein, geh weg, geh weg, geh weg. Bleib mir fern, ihr Unheulte, der Nacht. Oder des Tages, was ich gestern. Ja, Dunkelheit. Ja, der Designer hatte irgendein psychisches Problem gehabt, ey. Kranker Scheiß. Komm. Ja, gut. Durchrennen ist ja die beste Methode. Das ist meine Meinung. Oh, nein. Oh, Gott, verdammt. Du bist okay? Ich hab's nicht verstanden. Mein Fisch ist ein bisschen blöd. Alles klar. Ich versuche einfach zu bleiben. Wir sind fast fertig. Alles klar. Alles klar. Ich hab' noch einen Dorn. Ich hab' noch einen Dorn. Ich hab' den Trick. He he he. Schock, ja. Boom, baby. Perfekt. Hoffentlich ist das Kapitel bald zu Ende, weil ich muss dann zu Mittag essen bei meinem guten Opa. Na komm. Mach auf. Da fehle doch einer. Bist du zu geklitscht, oder? Geh doch mal rein in den Kackraum hier. Toll. Na toll, Exit Du könntest mal hier vorne das Schloss aufschießen Das ist doch ein Patentrezept Hallo Wir müssen das Gate öffnen, du auch Wir müssen die Kontrollen finden Ich bin hier mit dir, das wird besser Ja, Sir Und du kannst das Gate öffnen, du musst etwas Liebe Das ist okay Ja, ich bin hier von mir jetzt Oh, wie geil Ja, ohne Tisch werden wir hier verloren, mein Lieber Ah, der hat ein Stückchen gebraucht, bis der mal nachkommt Ach so, ich hab jetzt noch einen guten Halt die Fresse, halt die Fresse Ich hasse dir Ich glaub, da ist keiner mehr, mein Bruder Oder? Nein, weh du schießt Oh, ich wollte dir nur helfen Hallo Wir hätten hier nicht überreden können Oh, ich bin gangster Oh, ich würde dir am liebsten in den Kopf schießen, mein Bruder Ich würde dir am liebsten in den Kopf schießen, mein Bruder Oh, du schießt jetzt Oh, weh du schießt jetzt Oh, du schießt jetzt Nein, ich hab wieder, oh fuck Es tut mir ja leid, oh man, warum bin ich nur zu ungeduldig Okay, 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 okay Fuck, ey. Ich wollte das alles gar nicht. Ihr mit euer medizinischen Fachchinesisch-Zombies. Und ich schau wieder, der Swatch-Bastier. Dreh den Swag auf. Oh, in den Spiegel, da wurde er Bier. Get money. Okay. Brennt. Brennt. Ihr Schweine. Brennt. Kill it. Kill it with fire. Wie krank ist denn der? Ja, der mag das sogar sehr. Boom, boom, boom. Boom. So, hab ich 99. Ne, ich hab wieder 100. Okay, raus hier. Ich bin nicht zu alt für den Schein. Ich auch. Ich wär zu alter dafür. Ich kann das nicht mehr ewig mit. Oh. Juhu, ich bin auf dem Duster gewesen. Yay. Mein großer Traum. Du das. Du das. Du das. Du das. Du das. Was? Schneider. Ich bin auf dem seguro. Und jetzt ist es dann auch weg. Oh, schon. Ich bin auf dem schieb. Scheiße, megnimm Na komm Lauf Ey, unten ist gar keine Anzeige mehr für SWAT-Leute Hä? Geistige Probleme mit Inbegriff Lauf, lauf, lauf Euer Vater hätte euch mehr umarmen sollen Ei, in Postboder Oder Paketdienst DHL Hab keine Ahnung Ich bin ein mutiger Axtkämpfer Na komm, lauf, 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 lauf Go, go, go Ich will hier raus Der hat doch vorn alles gebrannt, oder? Ah ne, das ist ein anderer Raum Das war nötig, das Medi-Pack Gut, okay Ui Haben wir es jetzt komplett gefragt, haben wir das Spiel durch Ich glaube nass, oder? Was, wir sind durch Gottverdammt, wo bin ich? Bitte Bitte werdet nicht runtergeholt Nein Ich hatte mein verficktes Leben Gottverdammt Irgendwie haben wir es verschissen Aber ganz, ganz fett Ja, gut, dann danke fürs Zuschauen Von Part 7 Ja, ja, es war Richtig cool gewesen Und dann sehen wir uns höchstwahrscheinlich In Part 8 wieder Falls das Spiel jetzt nicht schon zu Ende ist Okay Thank you Thank you Vielen Dank.